Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Tower of Fantasy. Gestern oder beziehungsweise heute Morgen hatten wir ja die Story vom Event fertig gespielt, vom Neon Genesis Evangelion Event. Die Story muss ich zwar sagen hat mir echt gefallen, zumal der Anfang vom Event war richtig geil inszeniert. Was steht jetzt an? Wir wollen das Event natürlich weiterführen. Wir haben Verschiedenes noch zu machen im Event. Unter anderem kommt ja noch ein zweiter Teil vom Event, wo wir auch den Charakter away bekommen können. Den wollen wir natürlich auch ziehen. Aber zunächst bevor wir da das Event weiter ausbauen können, müssen wir die Story voranschreiten, weil wir müssen in die nächsten Gebiete kommen, weil wir haben verschiedene Missionen, die wir in anderen Gebieten machen müssen. Wir müssen hier hin. Und so sind wir gezwungen jetzt mal Story weiter zu spielen, damit wir auch die anderen Gebiete freischalten. Wir kommen immer nur mäßig voran, weil ich einfach nicht über meinen Schatten springen kann und alles sammeln muss, was mir in die Quere kommt. Das ist leider immer ein Manko bei mir. So, Steingeltern hat natürlich schon die erste Tee-Küsche gemacht. Okay. Gibt es hier noch eine Nebenaufgabe, die wir machen können? Wir kommen jetzt hier die VIII-Küsche ab. Wir haben gedacht, immer noch ein Manko bei dir, dass wir uns dann auch gerne verlet meissen. Ich sage immer viel. Wir werden auch wieder eine Vägeinne für die Vägeinne für die Mankinne hier. wir müssen die Linien für die Vägeinne für die Vägeinne für die Vägeinne für Gründe. Die 1 Jetzt ist doch nicht irgendwo am Wägeinne für den Vägeinne für die Vägeinne! Die Vägeinne für die Vägeinne ist ja da. In der Lange, Ähm... Fick scheint nicht weiterzukommen. Jo, hier sind wir Stufe 60. Sehr schön. Das ist okay. Das wollte ich jetzt nicht, aber gut. Ähm, wir haben... Was ist denn der Poststelle? Nehmen wir gerne mit. So, wir haben dann noch... Oh, ne Kiste. Oh, zwei Kisten. Nehmen wir noch nicht. Hey. Nehmen wir noch nicht. Nehmen wir noch nicht. Nehmen wir noch nicht. Nehmen wir noch nicht. Täglich haben wir durch. Bis zum nächsten Mal. Mia ist die Prüfung des Prozesses. Bitte schön, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das ist eigentlich sehr praktisch jetzt für die Zwischenzeit, weil ich habe eigentlich sowieso noch meinen Ruder hier stehen. Da muss ich noch warten, bis ich mein Mikro bestellen kann. Ja, das ist eigentlich nicht so, dass ich mich nicht so, dass ich mich nicht so, dass ich Das war's für mich. Ich habe es nicht verletzt, was ich nicht verletzt, was ich nicht verletzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Weil ich bin da nie mit irgendjemandem. Das nervt ein bisschen. Ich kann dir, by the way, empfehlen, die Daily Vitality zweimal zu holen. Im Shop. Da kriegst du nochmal extra 120 Vitality pro Tag. Also ich mach das immer. Es sind 150 Dark Gustles. Ich find, das lohnt sich. Besonders für den Anfang. Da kannst du es echt noch hochleveln. Ich hab das ja erst spät angefangen. Aber es pusht definitiv nochmal. Ist bei beliebt. Bei beliebt, okay. Und dann hast du da einmal für 50. Okay, ja. Genau, du holst das einmal für 50 und einmal für 100. Den Rest empfehle ich nicht. Das ist dann zu teuer. Es reicht auch, wenn du nur einmal machst, wenn du nicht so viel ausgeben möchtest von den Dark Gustles. Aber ich find, das pusht nochmal sehr schnell am Anfang. Ja, Dark Gustles habe ich mir schon ein gutes Lager zusammengesetzt. Wie viele hast du denn? Äh, ich bin jetzt auf 4780. Na, deine Cam ist wieder am Weg. Ja. Also 4000 hast du? Ja. Sparst du für Ray, ne? Ja. Perfekt. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich habe alles kaputt. Ich habe mich gerade geschaffen. Aber... Was? Ich habe auch schon alles gekauft. 早 up! Hast du dir eigentlich den monatlichen Pass geholt? Mhm. Den habe ich geholt. Also den für 5 Euro, wo du dann jeden Tag immer Acrystals bekommst? Ah, nee, ähm Nee, das hab ich nicht genommen Ich hab den Battle Pass hab ich genommen Ein 5 Euro Pass kann ich auch empfehlen Also ich glaub 5 Euro tun dir nicht weh, hab ich mitbekommen Nö Den Pass, da kriegst du halt immer täglich immer 100 Das war auch bei Genshin so, den hab ich auch immer gut Ja, den hab ich auch immer genommen Also wenn du dann sparst kommst du dann am Ende des Monats mit 3000 Kristallen raus und das sind definitiv mehr als 5 Euro So So Stimmt, mir ist grad eingefallen Ich hab vorher vergessen, dich wieder auf Steam zu halten So So, dies sei gemacht. Hi Dragon! Der Dragon Dory ist von mir im Stream. Moin Dragon! Boy! Good Boy, ganz wichtig. Oder nur Dragon? Ich weiß es nicht. Ja, wie hat's Dragon Boy niemand? Ich habe mich vorhin ein bisschen auf den Side Rest konzentriert. Ich habe die ein bisschen gemacht. Okay. Da sind auch sicherlich sehr viele zu machen, die Side Quests. Ja, also ich bin zu einem hingegangen und bin am Ende wieder mit fünf anderen Side Quests rausgekommen. Also wieder mehrere neue Quests gefunden. Also Side Quests gibt's echt zu viele. Ja. 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 Ich bin auch jetzt Stufe 60. Ja, habe ich gesehen. Ja. 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 Das war's. 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 Also, Das war's. 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 Yeah. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. Okay. Okay. Das war's. Okay. 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 Und danach, Yeah. Okay. 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 So, okay. So, okay. 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 Gut, das letzte Jahr schon wieder wachsen wird, ich weiß nicht, wie es los ist. So. So. So, ich weiß nicht, wie ich gerade einen Fehler hinzu überarbeiten muss, bevor ich hier beginne. Ich sehe nicht, dass in den Socials noch mein alter Name drin ist, den muss ich ganz kurz ändern und dann geht's los. Yeah, you have this, you have an Instagram where I can see your different art. Okay, Twitter, that is the only social media that doesn't have. I have Twitter, Instagram, yeah, I have my YouTube channel, my Facebook channel, yeah, X is the only thing that I don't have. But that's... X is Twitter on the other side. Wie? X is Twitter. Yeah, that's what I know, that's what I know, but I just... Have you ever said Twitter? No, Twitter, also X I don't have and Twitter also don't. Also, it's okay, it's the same. Okay, okay. I have already said that you have Twitter. No. So, now I'm ready. Now you can go on. Yeah, Discord I have, you can directly write the same name of my channel, this name that I have on Discord. Hat schon gestart, oder? Warte, äh, ja, du hast gestart. Ah, du hast noch die Startanimation. Okay. 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 Okay, I accept. Okay. Okay. Hold on. Do you think we're going to get to know something really over? Let's go. Okay. Okay. So, you're going to go ahead and go ahead and check and get it right? Yes, of course. Okay. So, you're gonna go ahead and check it out. So, you're gonna go ahead? Okay. Okay. So, I'm gonna go ahead and check. Então, I'll go ahead and check it out. Yeah. Uh... Okay. Das war's für heute. So, ich bin jetzt live. Hat's geklappt mit dem Namen und so? Also, dein Stream ist noch im Starting-Menü. Genau, genau. Unten steht noch immer, du hast bei mir noch immer unter YouDecom, ja. Bei mir bist du da, ich kann auch auf dich draufklicken. Okay. Musst du mal vielleicht aktualisieren oder so? Nicht, funktioniert so. Perfekt. Wow. Stoppen geht's los oder? Ja. Amanda, du bist wirklich talentös. Du bist so großartig. Du bist echt so großartig. Ich denke, das ist natürlich der Grund. So, 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 so. So, 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 so Nee, komm, ich mach jetzt schnell das Event-Zeug hier. Wie groß ist dein Menü, bitte? Wie bitte? Dein Menü ist so übelst lang. Wie meinst du lang? So, oder hab ich jetzt falsch gesehen? Also, wenn ich mein Menü öffne... Genau, dein sieht ganz anders aus. Stimmt, ja, merk ich auch gerade, hä? Ja, ich hab das erst nach dem Update bekommen, weil es nie an Genesis reinkam. Hä? Okay. Ich hab keine Ahnung, das ist irgendwie neu. Guck mal, hier ist auch alles so angepasst. Ja. Ich hab keine Ahnung, warum das so ist, find ich dir ehrlich. Okay. Also, wenn ich könnte, würde ich glaube, es sogar zu bealten, wenn ich rüberwächst bin. Ich glaub, ich find das sogar ein bisschen besser. Weil, ich guck's ja... Vielleicht kann man jetzt irgendwie eine Einstellung machen. Wollen wir mal kurz unsere Reinstellung vielleicht vergleichen? Mal schauen. Ich denke, es ist bei Anzeigen, oder? Stimmt, ja. Also, das ist alles Standard. Nee, nee, ich glaub hier nicht. Das ist eher mehr Anzeiges, eher mehr so Grafik. Grafik, ja. Dann vielleicht Sonstiges? Und da Sonstiges, warte ich denn mal schauen. Na, ich glaube, es ist ein sehr, sehres Problem. Ah, hier, Menüeinstellungen. Schau mal, ist das vielleicht das? Äh, weiter unten, Menü einstellen, klassisch oder? Was ist weiter unten? Ah, vertikal. Ich habe vertikales Menü. Ja, ich hatte klassisches Menü, jetzt schaue ich. Ah, ja, jetzt habe ich wieder das alte, genau. Ah, stimmt, jetzt habe ich das, äh, wie deins. Hä, okay. Okay, okay, das ist mir nie aufgefallen, im Ehrlichsten, das war auf einmal da, bei dem, nach dem, äh, Neon Genesis Event. Ich dachte, das gehört so, ich dachte, das muss so, weißt du? Deswegen habe ich da gar nichts gemacht, mir ist das gar nicht aufgefallen. I'm really impressed, äh, Amanda, about your art. Aber ich denke, die versucht gerade, mir ihr irgendwie was zu verkaufen. Okay. Gucken wir mal meinen Fanfan an, der ist schon süß, oder? Also, pass mal auf, gleich, wenn er was trinkt. Was soll ich, hingucken? Ja, ich gucke. Komm, trinke jetzt was. Was ist denn das? Der will noch nicht. Jetzt, jetzt, jawohl. Was trinkt der da überhaupt? Ich erkenne das nicht. Äh, warte, warte, er trinkt. Was ist das? Es sieht auf, ich weiß nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, hat er, ähm, 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 mit der anderen immer Bier getrunken. Ja, ja, genau. Sie hat ja immer dieses Dose Bier getrunken. Drangle, was ist, äh, so teuer zu bekommen? Was meinst du? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Was ist teuer? Was ist teuer zu bekommen? Na, ob man sich auf die Gegend glaubt, natürlich der sanktiert wird. Oi, Dragon Ball, du bist Zorro. Ey, Pepper, du musst mal in meinen Chat schreiben, dann kriegst du auch so einen Avatar. Okay. Das ist das, was ich erwartet habe. Jetzt kommt die Frage, brauchst du was. für deinen Kanal. Ja, ob ich was brauche. No, I like really the clean design on my channel. Die Outfits? Welche Outfits meinst du? Nein, es geht eher um das Layout von meinem Kanal, dass ich kein Layout momentan drin habe. Nee, ich rede gerade mit Dragonboy. Ah, okay. Das ist toll zu bekommen, die Outfits. Aber ich weiß gerade nicht, welches Outfit er genau meint. Oder welche Outfits überhaupt. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verrückt. Ähm, dein Streaming ist abgekackt. Ist abgekackt? Abwacht, abwacht, abwacht. Ah, nee, jetzt ist es bei mir per... diesmal ist zu viele Seiten aufwache. Wie viele Seiten ist da offen? Ich habe eigentlich nur dein Stream, mein Stream und also zumindest Mod-Ansicht halt und das war's. Die Sache ist die, ich supporte meistens all meine Streamer, die mich followen. Und wenn die streamen, habe ich einfach den Lurk an. So. Das mache ich meistens auch so, ja. Nur bei fast sechs Fenstern kann es dann mal sein, dass der Cache von Opera Browser etwas überfordert ist. Ja. Kann ich mir vorstellen. Sechs Streams. Ah, ja gut. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was ich mache. Entweder ich setze mich in die Sammeljagd dran. Da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel wieder dazugekommen. Geil, geil, geil. Wer bist denn du bei der Sammeljagd? Wenn du möchtest, könnten wir die zusammen machen. Dafür will ich ja die Story weitermachen, weil du sagtest mir, dass ich in verschiedenen Teilen muss ich in Gebiet 9 reingehen. Na, aktuell ist es nur Inas. Ah, ist nur Inas. Weil nämlich, dann könnte ich es machen, weil nämlich ich habe Inas habe ich soweit jetzt Wow, ja super. Weil ich habe jetzt mal die ganze Map aufgedeckt. Von Werder? Ja. Achso. Da bin ich auch, ich habe nur noch zwei Teile, die zwei hinteren Teile noch fertig zu machen. Dann habe ich alle TPs und die Map ist aufgedeckt. Danach kann ich weiter die Story machen. Da habe ich sowieso einen Teil in der Mitte zu machen. Amant, danke für deine Vorstellung, aber ich brauche keine Design für mein Twitch-Kanal oder für mein Layout für die Stream. Ich habe ich den jetzt hier gefunden. Ich akzeptiere es einfach mal. Gut. Nehme nicht mehr mit. Nein. Gibt es gibt. Das mache ich. Gibt. Kann ich nicht. So, was soll ich machen? Pendement plus Spuren der Vergangenheit. Was für Spuren jetzt ist. Soll ich es. Nein. Nein! Fall nicht vom Berg runter. Hey? Ich hab keine Ahnung was du denn zu mir will, aber hm? Ich mach's einfach mal. Mensch, ich bin zu dumm. Ich muss jetzt irgendwie Schiffen da auf den Berg holen. Ja. Ich bin bei dieser Wasser auf. Und ich bin zu mir. Ich bin zu ihm zu ihm. Ich werde uns zu ihm anziehen. Seine Ahnung. Ich bin zu ihm. Deine Ahnung! Also. Nooo. Jesus. Was ich nicht verstehe, ist, dass momentan meine Alerts auch nicht toxinieren. Ich habe heute wieder ein Follower dazu bekommen, aber es kam kein Ton. Ah, ich glaube, nee, kann ich es daran legen? Ja, doch, ich glaube, ich weiß, wieso kein Ton kam. Warum denn? Ich habe momentan... Ähm, warte, ganz bestimmt, ja, es ist deswegen, okay. Äh, ich habe ja momentan, ich, äh, ich hatte ja immer einen Balken unten. Den Balken habe ich momentan weggenommen, weil er mich gestört hat. Und das ist bei mir in einem Ordner zusammengefasst. Und ich habe den ganzen Ordner gemutet. Äh, und dabei habe ich meine Alerts mitgemutet. Okay, verstehe. So, jetzt sind die auch wieder aktiv. Ich ehrlich sagen muss, ist, ähm, mich stört es langsam immer so ein Layout drauf zu machen, weil, äh, es schränkt die Sicht aufs Spiel eigentlich ein. Und die Infos finde ich jetzt auch nicht so wichtig, dass sie wirklich jeder sehen muss. Ja. Und dann sage ich, dann genügt es, dass die Webcam nur zu sehen ist mit einem kleinen Rahmen, dezent, minimalistisch. Das genügt für mich. Ah, da kann ich noch über die Hand gehen. Okay, ich habe irgendwie mein Game auseinander genommen. Ich kann nicht mehr laufen. Okay. Warum kann ich nicht mehr laufen? Ich kann meine Tastatur nicht mehr benutzen. Sag nicht, dass die Tastatur wieder leer ist. Ne, ne, die funktioniert, sonst könnte ich ja nicht ins Windows-Menü oder sonst, oder halt dashen überhaupt. Mach loslösen. Was soll ich loslösen? Das ist irgendwie ganz komisch aber gerade. Ein Einstellungen? Ja, und jetzt? Soll ich jetzt noch ein Loslöse suchen, oder was? Okay, das war ja gut, das läuft. Oben. Ja, oben. Also wenn es jetzt hierbei grundlegend. Also wenn es jetzt hierbei grundlegend. Okay. Geschafft. Ah, ja. Jetzt funktioniert wieder alles. Danke. Ich hatte das irgendwie noch nie. Das ist passiert. Ganz komisch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Meine Tastatur ging einfach nicht mehr. Also ich habe irgendwie nicht anerkannt. Anerkannt. Hm. Perfekt. Perfekt. Da hinten ist mein Ziel. Gut. Machen wir das fertig. Okay. So ein Bock. Hier fliegen einfach durch die Luft Blumen bei mir. Fliegt durch deine Luft? Einfach Blumen fliegen da im Leeren. Okay. Ich sehe es. Wow. Melz den Devs. Dann die wieder ein bisschen Arbeit. So. Was machen wir? So. Das gehen wir hier und machen das. Oder? Hm. Oh. Dann machen wir. Dann machen wir. Dann machen wir jetzt schnell die. Ah. Hier. Perfekt. Nämlich nicht. Ich habe immer noch nicht den Boss. Ich gucke ob er jetzt da ist. Komm sei Dank. Dann machen wir das mal dran. Ich sehe ich auf Level 95 den Menschen. Ich habe keine Ahnung. Warum ich es nicht viel Schaden mache. Ich dachte das wäre normal. Ich habe mich halt immer so bei Level aktuell angepasst. Ich weiß halt nicht, ob ich schon 100 gehen kann. Könnte ich rein theoretisch auch schon. Aber ich weiß halt nicht, wenn du gerade meintest, warum ich so viel Schaden mache, dann habe ich irgendwie kleine Bedenken auf 100 zu gehen, dass die auf einmal dann übertrieben stark sind. Du musst über deine Grenzen gehen. Oh, ich hasse das hier. Er hat ja irgendwo, du hast doch bestimmt 100, oder nicht? Oh mein Gott, wer warst du da? Wer warst du überhaupt mitzumachen? Beppe, willst du auch mitmachen? Ich werde sowas von sterben bei dem Bus. Egal, du kannst tanken. Okay, ich komme. Lad mich rein, ich komme. Dann kannst du mal einladen. Zack. Gut, jetzt muss ich das mal kurz finden. Bin ich an dir vorbei? Nee. Nee, ich finde dich einfach nicht in meiner Freundesliste. Ah, warte, ich habe doch hier extra so eine Liste gemacht. Zack. Zack. Jetzt hat er irgendwo mich eingeladen. Nee, jetzt geht es nicht. Oh, scheiße, warte. Dann lade ich dich nochmal ein. So. 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 Okay, das ist komisch. Ah, ich kann nicht zu dir. Der Boss wurde gerade besiegt. Nein. Oder nee, er wird gerade besiegt. Ja, ich kann leider nicht kommen. Stimmt, stimmt. Ich habe das voll vergessen, sorry. Okay. Wo ist der Boss? Ich sehe ihn nicht. Bin ich blind? Der ist so komisch. Was macht der überhaupt? Was ist das überhaupt? Der sucht sich bei, oder? Hör ihn immer an. Was ist das? Er ist einfach im Kopf. Ich habe keine Ahnung, aber ich mache damage. Also haue ich einfach drauf. Ich habe keine Ahnung, aber ich mache das. Ich habe keine Ahnung, wir fliegen auf einmal alle runter. Soll das so? Ich denke. Ich weiß es nicht. Wohin geht es hier überhaupt? Ist das nicht von der Story? Ich habe nur, dass es so sollte. Ja, alle sind irgendwie hier. Ah, hier hört man auch die Benutungschest. Ja, okay. Dann war das. Dann sollte das so. Passt. Ich habe dir nämlich noch nie irgendein Film gesiegt. Ist mir drauf gefallen. Nehmen wir auch mal mit. So, dann müsste ich das ja jetzt haben. Ne, es hat nicht geklappt. Wie? Nicht gezählt? Warum hat das nicht geklappt? Es hat nicht gezählt, Mann. Besiege-Hara an der Schwarzland-Ritual. Das ist doch hier. Warum hat das nicht geklappt? Der wird doch gerade eindeutig besiegt, hä? Okay, das ist jetzt komisch. Ja, aber ich habe mein Chief mitbekommen, dass ich sie besiegt habe. Ja. Ja, Event, Event, hallo? Gib mir meine Punkte. Was soll denn das jetzt? Es hat einfach nicht gezählt, hä? Ach, das ist ein... Muss ich ein Wade machen? Wer steht Hara Wade? Aber das ist doch eigentlich egal, oder nicht? Vielleicht nicht. Äh, das müsste doch eigentlich gezählt haben. Ja, die Garte komplett aufgedeckt. Jetzt allein. Aber guck mal, Dragon Boy, da haben wir doch irgendwie beide gerade als... Äh, äh, beide gerade als Dingensbums, wie ist es das? KI-Assistenten, Smart-Servent, ein Vogel. Ich weiß nicht, 10 Pinguine als Vögel? Was ist die zweite Phase besiegt? Okay, was ist die erste Phase? Okay. Was verrückt mich gerade? Also, ob es mehrere Phasen gibt. Okay, wie stellen wir denn die erste ein? Ist das jetzt einfaches Swandon, das hier in der ersten oder zweiten Phase ist? Ich verstehe, ich verstehe. Okay. Ja, wir haben gerade wirklich Herzkopf. Oder war das jetzt dazu gemeint, weil wir so spät kamen, dass, ähm, dass wir erst in der zweiten Phase kamen? Meinst du das vielleicht so? Weil die anderen schon sozusagen dann die erste Phase besiegt haben? Wenn ja, das ist ja dann mal blöd. Dann darf ich jetzt wieder, keine Ahnung, wie lange auf die warten. Ich hab die gestern schon die ganze Zeit versucht. Also, ich hab da wirklich über eine halbe Stunde gewarnt, bis die, äh, gespawnt ist. Ja, genau, okay. Scheiße. Dann war ich wohl ein bisschen zu spät. Können wir mal einen anderen Channel versuchen, aber... Ich weiß nicht, ob es klappt. Probieren wir mal einen anderen Channel. Okay, der will nicht. Der auch. Warum? Nun geht hier der Channel. Ich hab mir die Channels verringert. Oh mein Gott, ich hab's hier direkt noch. Es passt. Perfekt. Let's go. Guck mal, da ist die doch riesig. Alter, ist das Ding hässlich. Und gruselig zugleich. So kann zu Tower of Fantasy von Wehre. Und irgendwie, ich brauch dich. I need you. Perfekt. Ich weiß nicht, ich soll mir schon drauf. Ich weiß nicht, wie OP der ist. Vor allem waren wir auch ein paar mehrere. Da war es aber eigentlich relativ easy. Wer wird, wenn ich nie. Du hast immer gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist nicht so. Ich weiß nicht. Man greift nun mal an. Okay, das hat nicht so gut funktioniert. Oh shit, macht die Karte damage. Oh mein Gott. Tch 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 tch. Ich habe es gerade so noch überlebt. Er hat einfach mit den Händen drauf, gell? Okay, lass den Ball ausweichen. Kriege ich hin, kriege ich hin. Oh. Das fühlt sich an, als würde ich gerade gegen die Hypostasis kämpfen, Alter. Oh shit, macht die Damage. Uiuiui, das Ding zittert hier. Warum macht denn der andere nichts mit? Was soll denn das? Was? Irgendwie ist das Pech. Jedes, wenn ich da hingehe, macht nur die großen Attacken. Oh ne. Oh ne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Oh ne. Da bin ich gestorben. Irgendwo, wie sah es mit dir aus? Ich glaube, du bist auch gestorben. Oder ich habe dich nur einfach nicht mehr gesehen. was dovle ich denn jetzt. Ich bin auf dem Weg, bitte durchschalten. Ich hasse diese Stelle, warum gehst du lieber hier rüber? Oh, unverkackt. Oh, da bin ich wieder. Los geht's. Oh, nö. Oh, nö. Warum verliebt man so schnell Ausdauer, Alter? Ey, Junge. Bewegt sich der Bossgegner überhaupt noch auf dem Fleck? Ey, so eine Nervensäge. Egal, wir schaffen den. Irgendwie. Du bist sehr müde. Ja, wow. Danke. Jetzt geht's dir da. Nur mal ausweichen. Der hat irgendwie gar keine Ausdauer. Der nimmt uns die Ausdauer weg. Ich mag ihn gar nicht. Ich habe keine Ausdauer. Ich habe keine Ausdauer. Ja. Ender. Okay, das klappt nicht. Hast du deine Mission nicht geschafft? Ich bin gestorben, aber ich bin wieder auf dem Weg dorthin. Irgendwann scheint noch zu kämpfen. Ja, perfekt. Aber der hier nicht mitmacht. Der steht aber nur daneben. Du würdest wahrscheinlich nur den Luft klauen. Jetzt darf ich wieder 10 Schritten ausweichen. Der Ausdauer wird uns auch die ganze Zeit weggenommen. Ja, das ist mies. Das ist so eine Nervensäge. Ah, jetzt ist Deckbau anscheinend auch noch gestorben. Das kann ich aushalten. Ah, jetzt wieder da. Perfekt. Das war nicht schlecht. Das sieht gut aus. So. Ein Bein nur noch. Ich weiß ja, ich habe keine Ahnung, was sollen wir dagegen machen. Ah, das sind die Dinge. Ich verstehe, ich verstehe. Gut, den... ...weiß ich mal lieber aus. ... ... ... ... ... ... ... ... Der nimmt uns so auseinander mit der Scheiß aus, so. Jetzt geht er in die zweiten Phase rüber, ne? Ah, jetzt kämpfst du wieder mit uns mit, let's go! Ja, aber ich weiß nicht, dass du mit dem Wasserstuhl hast. Natürlich! Hier ist es ein Pangolin. Aber da ist es ... Da ist es ... Ich weiß nicht, was ich? ... Das ist gut. A Musik 2020 waren immer EranerangOOD. Es gibt keine Mengenang mettetragen von주� indeficitieren, und ich Thanhle kjierellente dariden. Ihm... Aber... ... diese Monster sind... ...nach noch nicht. Wir müssen nicht... Vielen Dank. Wenn die Menschen hier verletzten... ...leicht auf die Seite der Leiter... das event immer sehr schnell fertig hast so, dann gehen wir mal wieder zurück zum Boss und da ist er doch, der hässliche fliegende Kopf mein Gott ach, das ist gewollt, ich versteh schon das ist gewollt so, dann mal gucken, ob ich die Kiste noch mitnehmen kann noch zwei Scherben, achso, ok ich weiß nicht warum, ich hab noch niemanden gesehen mit PenPen hatte ich einfach nur Glück, dass ich den so früh bekomme also ich hab ja jetzt schon PenPen und hab schon wieder ein paar Scherben für den hier bald abzugehören zwei Stück, 2.35 ich weiß nicht ich weiß nicht ganz kurz verabschiedet warum auch immer der süße kleine Penguin also ich glaub, wenn du einmal also wenn du PenPen nicht in dem Event bekommst, kannst du ihn gar nicht mehr bekommen, ne? ich glaub, viele haben ihn schon, nur erst seit Ost-DPS ok benutzen einfach so also lohnt sich das am besten immer sein Smart Servant auch auf sein Element abzugleichen, oder was? so, da wird Eva 1 auf L20 achso, ok 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 K-Tost-Stone ich 7,5 ich 3,5 Black Dog Black Dog das ist nicht möglich ich so, perfekt als Markzorin, ich weiß nicht der ist, der ist, glaub, physisch ich kann aber halt auch Feuer nehmen ich glaub, Feuer gefällt mir mehr Aura Wolf ist halt auch physisch der wird auch funktionieren was machen wir so? zum Upgraden ah, das machen wir es ist nicht hoch nicht besonders hoch also PenPen habe ich MCN auf Level 90 bekommen in der Event-Rangliste meinst du äh 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 das hier? oder welche Rangliste? die haben schon alle, keine Ahnung, 3000 Punkte crazy wieder hoch bis 6000 Punkte ruhig da toll nehme die auch entdeck die die bew мам die nächste Oh, das ist jetzt mal wieder. Hm, jetzt wird's ein Netz mal wieder. Gut, also Die wöchentliche Aufgaben haben wir auch schon mal wieder fertig Brauche ich denn noch Ivar 1 Und dann klappt das Evar 1 kommt schon Das klappt da gar nichts Das dauert echt lange diesen Roboter abzugraben Machen wir mal den Das hier Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020